Die Menschheit nutzt Windenergie schon sehr lange, zum Beispiel zum Malen von Getreide in Windmühlen. Mit dem Beginn der Elektrifizierung Ende des 19. Jahrhunderts wurden auch bald Generatoren mithilfe von Windrädern oder ungebauten Windmühlen betrieben, um Strom zu erzeugen. Die physikalischen Grundlagen für die heutigen Windkraftanlagen lieferte Albert Betz mit seiner Forschung 1920 in Deutschland, der damals schon Flügelformen als Ideal beschrieb, die den heutigen Anlagen sehr ähnlich sind. Er entwickelte auch das nach ihm benannte Betzsche-Gesetz, das beweist, dass maximal 59,3% der kinetischen Energie des Windes mit einem Windrad genutzt werden können. In diesem Video schauen wir uns an, wie der Windkraftausbau in Deutschland im Zuge der Energiewende gelaufen ist, wie die Windindustrie gewachsen ist und warum sie heute am Abgrund steht oder die letzten Jahre sogar schon einen Schritt weiter gegangen ist. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ingenieurskunst. Die rechtliche Grundlage für die wirtschaftliche Energieeinspeisung ins Netz mit Windkraftanlagen in Deutschland lieferte das Stromeinspeisegesetz 1991 wie auch bei der Photovoltaik. Das Gesetz definierte die Preise, den die Anlagenbetreiber für ihre eingespeiste Energie bekommen müssen. In den folgenden Jahren gingen erste große Windkraftanlagen und Windparks ans Netz. 2001 kam dann das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, das den Ausbau in Deutschland nochmal deutlich beschleunigte, wodurch gegen Ende des Jahres 2003 etwa zwei Drittel aller europäischen Windkraftanlagen in Deutschland installiert waren. In diesen Jahren erreichte auch die deutsche Windkraftindustrie vor allem im Maschinenbaubereich eine führende Position in der Welt und es wurden viele Arbeitsplätze in dieser Branche geschaffen. Der erste Peak im Zubau war 2002, gefolgt von einem leichten Rückgang bis 2004. Von da an bis 2012 waren die Zubauzahlen etwa konstant. Von 2013 bis 2017 wurden dann nochmal deutlich mehr neue Anlagen zugebaut, bevor es 2018 zum Einbruch kam und sich die Zubauzahl in diesem Jahr etwa halbierte. Auch im Folgejahr halbierte sich der Zubau erneut und ist seitdem auf niedrigem Niveau geblieben. Durch die geringen Zubauzahlen bekam auch die Windkraftindustrie Probleme und viele Firmen reduzierten ihre Produktion in Deutschland oder gingen pleite. Die Anzahl der Beschäftigten in der Windkraftindustrie nahm bis 2016 kontinuierlich zu auf 160.000 Beschäftigte. Im Jahr 2019 waren nur noch etwa 105.000 Arbeitskräfte in der Branche tätig. Bis 2021 hat sich die Zahl wieder etwas erholt und lag bei etwa 130.000. Dennoch wandern immer mehr Firmen ab, da der Markt hier in Europa eher schrumpft als zu wachsen. Bei der Fertigung von Rotorblättern hat 2022 auch die letzte deutsche Fabrik geschlossen und ist nach Indien abgewandert. Es gibt viele Gründe für den Rückgang neuer Windkraftanlagen. Zum einen hat die Politik ihren Anteil. In vielen Bundesländern gibt es Abstandsregelungen von Wohngebieten oder einzelnen Wohnhäusern zu Windkraftanlagen, die im Laufe der Zeit verschärft wurden. Die bekannteste, weil extremste ist hier die sogenannte 10H-Regel in Bayern, die besagt, dass der Abstand einer Windkraftanlage zum nächsten Wohngebiet mindestens der 10-fachen Höhe entsprechen muss. Bei modernen Windkraftanlagen also schnell 2 Kilometer und mehr, wodurch der Bau neuer Windkraftanlagen so gut wie nicht mehr möglich ist. Zudem gab es zahlreiche Kampagnen mit Fehlinformationen von unterschiedlichen Interessengruppen gegen Windkraft. Deren Behauptungen wurden bereits teilweise widerlegt. Aufgrund einer Studie aus dem Jahr 2005 haben viele Menschen Angst vor Infraschall von Windkraftanlagen und gesundheitlichen Folgen. Später stellte sich heraus, dass es einen Rechenfehler in dieser Studie gab und die Lautstärke um einen Faktor von etwa 10.000 zu hoch war. Der Infraschall einer Windkraftanlage ist geringer als der einer Landstraße mit Tempolimit 100. Lärmbelastung bei zu wenig Abstand gibt es durchaus, wodurch Abstandsregelungen von einigen hundert Metern sinnvoll sein können. Regelungen wie 10H sind aber viel zu extrem. Ein weiteres Argument von Windkraftgegnern ist, dass Windkraftanlagen zum Aussterben vieler Greifvögel führen könnten. Aktuelle, groß angelegte Studien widerlegen dieses Argument jedoch. Es gibt in Deutschland einige Bürgerinitiativen, die meist lokal gegen Windkraftprojekte kämpfen. Es ist häufig die Rede von über 1000 Bürgerinitiativen. Eine Studie, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, zeigt auf, dass diese Zahl wohl deutlich geringer ist und es im Maximum etwas mehr als 300 aktive Initiativen gab. Deren Mitglieder glauben häufig Falschinformationen wie zum Infraschall und haben daher Angst vor gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Folgen, beispielsweise aufgrund fallender Preise ihrer Immobilien. Den meisten ist dabei aber bewusst, dass wir neue Windräder brauchen, um die Energiewendeziele erreichen zu können. Aktuell gibt es wieder eine Trendumkehr und die Politik versucht, die Wende zu schaffen. Abstandsregeln sollen verringert und bürokratische Hürden abgebaut werden. Ob der Absturz noch verhindert werden kann oder es der Windkraftindustrie so ergeht wie der PV-Industrie, werden die kommenden Jahre zeigen. Dass die Produktion von Windkraftanlagen im Ausland teilweise billiger ist als in Deutschland, ist klar. Solange ausreichend Zubau neuer Anlagen vorhanden war, scheint sich der Bau in Deutschland dennoch gelohnt zu haben und der Transport, beispielsweise von Rotorblättern, ist aufwendig und auch nicht billig. Ohne Produktion schafft man jetzt wieder eine Abhängigkeit von anderen Ländern, in dem Fall immerhin von unterschiedlichen. Sollten die Zubauzahlen wieder steigen, was zu hoffen ist, könnten Lieferengpässe dennoch zu Problemen führen und ob die Produktionsqualität gehalten werden kann, wird sich zeigen. Beschäftigungszahlen in der Windkraftindustrie sind noch recht hoch und eventuell ist hier die Wende noch möglich, wenn auch vielleicht nicht in allen Bereichen wie bei der Rotorblattfertigung. Bei neuen Technologien wie der Windkraft ist es wichtig, auch die Probleme aufzuzeigen, wie beispielsweise Umweltfolgen. Der Lösungsansatz ist hier aber wohl nicht an alten Technologien wie der Kohle festzuhalten, sondern die neue Technologie zu verbessern. Bei der Windkraft bedeutet das auch, sich die Bauprozesse genauer anzusehen und Mittel in die Forschung zum Recycling alter Anlagen zu stecken. Die Standorte genau zu betrachten und vor allem die Bevölkerung vor Ort mit einzubinden, beispielsweise durch die Möglichkeit, sich wirtschaftlich an der Anlage zu beteiligen, ist bei Windkraftanlagen extrem wichtig. Hier besteht in Deutschland eine Menge Verbesserungspotenzial und auch die bürokratischen Prozesse müssen beschleunigt werden. Es besteht jedoch noch Hoffnung, in den kommenden Jahren das Ruder rumzureißen. Falls ihr genauer wissen wollt, wie die deutsche PV-Industrie untergegangen ist, schaut euch jetzt dieses Video an oder erfahrt hier noch mehr zur Funktionsweise von Windkraftanlagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst jetzt noch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal.